Da bekommt das geflügelte Wort, da braten wir doch einen Storch, eine komplett neue Bedeutung. Storch gab es zwar nicht in den teils exotischen Garküchen, aus denen es am Wochenende rund um den Kirchplatz verlockend duftete, wohl aber Straußenfleisch. Wer es noch exotischer wollte, konnte sogar Krokodil, Zebra, Kamel oder auch Känguru probieren. Verarbeitet zu Hackfleischklopsen und mit Salat, Soße und Käse als Burger angeboten. Die Besucher, darunter auch viele Urlauber, waren neugierig auf die neuen Speisen aus exotischen Garküchen und hatten keine Scheu, Kamel- und Zebra-Burger zu probieren. Rund 25 Streetfood-Trucks hatten sich am Wochenende rund um den Kirchplatz postiert.